Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sound Grundlagen Tutorial. In dieser Folge geht es um Kompressor, Limiter und Clipper und wie man die am besten definiert. Legen wir doch einfach mal los. So, die Begrifflichkeiten Kompressor, Limiter und Clipper werden oft nachgefragt und im Prinzip sind die Unterschiede oder auch die gemeinsamen relativ einfach. Ein Kompressor und ein Limiter sind Geräte, die ein Signal während der Laufzeit dynamisch in der Lautstärke anpassen. Das heißt, Pegel, die über einen bestimmten Grenzwert, einen Threshold, hinausgehen, werden leiser gemacht und nach einer Zeit wird der Pegel wieder auf Normalniveau angehoben. Und ein Clipper schneidet Pegel einfach an einem bestimmten Grenzwert, also einen Threshold, einfach ab. Und wie die Geräte das einzeln machen, das erkläre ich euch jetzt, nämlich einen Kompressor. Ich habe hier mal den Dynamics von Bitwig reingeladen und lasse jetzt einfach mal einen Sinuston hier spielen, der immer wieder angeschlagen wird. Dann sehe ich hier den Sinuston und hier sehe ich den Sinuston nochmal in einer anderen Darstellung. In dem Dynamics Gerät oder Device sehe ich die Lautstärke hier repräsentiert durch diese schräge Linie, durch diese diagonale Linie. Und der weiße Punkt, der hier hoch und runter geht, zeigt mir die aktuelle Lautstärke an. Wie der Punkt wandert, das kann ich hier nochmal definieren durch diese Attack und Release-Zeit. Das ist nämlich die Zeit, in der der Kompressor sich das Signal anguckt. Und man sieht schon, wenn ich an der Release-Zeit rumschraube, dann wandert der Punkt ein bisschen langsamer oder schneller. So, und jetzt habe ich ja vorhin von einem Grenzwert, einem Threshold gesprochen. Und das ist hier der High Threshold in diesem Fall. Weil ich möchte ein zu lautes Signal dynamisch leiser machen, wenn es über den bestimmten Grenzwert hinausgeht. Das heißt, wenn es mir zu laut wird. So, und jetzt kann ich hier diesen Balken nehmen und sagen, okay, wenn das Signal über diesen Balken hinausgeht, und dann sehe ich schon, wie sich da unten auch der Knopf dreht, dann mach etwas mit dem Signal. Und was er mit dem Signal macht, das stelle ich hier an dem Ratio ein und sage einfach standardmäßig Ratio 1 zu 1 ist. Wenn das Signal reinkommt, dann liefert das 1 zu 1 weiter. Das heißt, an der Lautstärke passiert hier erstmal nichts. So, und wenn ich jetzt aber sage, verändere mir das Ratio, das Ratio, zum Beispiel zu 1 zu 2, wird alles, was über diesen Grenzwert hinausgeht, um die Hälfte leiser, also durch 2 geteilt. Und je nachdem, wie weit ich mit dem Threshold weitergehe, wird das halt durch 3 geteilt, durch 4 geteilt oder wie auch immer. So, machen wir einfach mal durch 2. Das heißt, alles, was jetzt über diesen Grenzwert hinausgeht, wird leiser gemacht. Und das kann ich mit einem schnellen Attack sehr schnell leise machen oder mit einem langsameren Attack etwas langsamer leise machen. Und das sieht man hier auch schön, dass diese Anfangs-Lautstärke langsam runtergedreht wird. Ich mache jetzt die Attack noch ein bisschen langsamer, und dann sieht man das noch besser. So, dann sieht man, am Anfang ist es laut und dann ist so ein kleiner Huppel, wird dann einfach leiser. Wenn ich den Threshold noch weiter runterdrehe, sieht man, wie das dann noch leiser wird. Sehr schön. Wenn ich den Attack länger mache, braucht es einfach länger, bis die Lautstärke insgesamt leiser gemacht worden ist. Und bei dem Release, sage ich dann halt einfach, halte die Lautstärke zum Beispiel 600 Millisekunden, bevor du überhaupt nur daran denkst, die wieder lauter zu machen. Mache ich den Attack hier wieder ein bisschen schneller oder langsamer sehe ich, wie sich das Ganze hier noch mal ändert. Das heißt, das ist die Lautstärkenanpassung anhand eines Grenzwertes, den ich definiere, wenn das Signal da drüber geht, wie schnell und wie stark ein Signal leiser gemacht wird und dann auch wieder angehoben wird. So, und ein Limiter macht im Prinzip dasselbe, nur, wenn ich jetzt das hier mal nehme, nur heißt das bei dem der Threshold, der Grenzwert Ceiling, das ist je nach Limiter auch nochmal unterschiedlich. Bei manchen heißt es dann auch wieder Threshold, aber im Endeffekt die Ceiling hier, dieser Bereich, dieser Grenzwert, der zeigt an, wo ich das Signal quasi begrenzen möchte. Und im Idealfall macht ein Limiter das so, dass er das sofort macht. Das heißt, ich habe hier keinen Anfangs-Peak mehr, wo ich sage, ja, warte noch so und so lange, sondern ein Limiter soll einfach sagen, okay, wenn das Signal über diesen Grenzwert, in dem Fall über ein Ceiling hinausgeht, dann begrenzen wir das Signal sofort und ich habe ein konstantes Signal hier. Und mit dem Release, das ist so, das ist im Prinzip genau auch wieder wie das Release bei einem Kompressor, wo ich dann einfach sage, okay, du kannst einfach noch ein bisschen länger warten. Hier sieht man das gut, wenn ich das Release ganz kurz mache, dann geht das Signal runter und wieder hoch. Die Reduktion wird hier in blau angezeigt, das heißt, hier wird es einfach leiser. Hier oben wird dann nochmal angezeigt und hier, wie stark das Signal leiser gemacht wird. Und wenn ich das Release verlänge, wo ich sage, okay, warte einfach, bevor du das Signal wieder anhebst, so ein bisschen, dann sieht man, wie hier so eine Kurve entsteht, wie er dann so langsam hoch geht vom nächsten Signal, wo er das Signal dann wieder runter packt. Im Idealfall ist das ein Look-Ahead-Limiter, das heißt, der Limiter guckt sich das Signal an, bevor es quasi ausgegeben wird, sodass auch wirklich sichergestellt werden kann, dass da nicht vorne dran noch so ein kleiner, lauter Peak zu hören ist. Bei einer DAW geht das wunderbar, bei Live geht das natürlich nicht, weil der Limiter weiß ja nicht, wann der Musiker vorne laut in die Tasten oder hart in die Tasten rein schlägt, sodass dann lauter Ton reinkommt. Aber es gibt auch sehr, sehr, sehr schnelle Limiter, die das fast perfekt machen. So, und bei einem Clipper ist das so, dass das Signal einfach abgeschnitten wird. Das heißt, geht das Signal einfach über einen bestimmten Bereich hier raus. Ich habe jetzt einfach mal dieses Signal, was hier reingeht, habe ich jetzt nochmal hier ein Oszilloskop. Das heißt, das Signal verstärke ich jetzt einfach mal. Und dieses Out von dem Grid hat einen Clipper eingebaut. Der ist standardmäßig auf hart. Das heißt, wenn ein Signal über den Bereich hinausgeht, ich verstärke das Signal jetzt einfach mal, was hier rausgeht. Dann sieht man das hier unten schön an dem Oszillator oder an dem Oszilloskop. Wenn es jetzt drüber hinausgeht, wird das oben einfach abgeschnitten. Das heißt, das Signal geht hier hoch und dann wird einfach abgeschnitten. Du sagst, okay, hier ist die Grenze und wenn es unter die Grenze wieder zurückgeht, dann geht die Wellenform ganz normal weiter. Das heißt, wenn ich das stark verstärke, dann mache ich aus einer Sinuswelle fast eine Rechteckwelle. Und dieser Clipper, der hat eben hart als Einstellung. Das heißt, es wird einfach abgeschnitten, passiert nichts. Und das sieht man hier auch nochmal an dieser Kurve. Ich kann das vielleicht hier ein bisschen größer machen. Das heißt, ich habe hier so eckige Kurven. Und dann gibt es den Soft Clipper und der hat das Ganze so ein bisschen abgerundet. Im Extremfall sieht man das natürlich nicht, weil das hart geklippt wird. Und das ist echt hier schwer zu erkennen. Aber da, wo es geklippt wird, ist so ein bisschen eine Kurve drin. Das heißt, hier wird versucht, das Ganze den Effekt so ein bisschen abzuschwächen. Das ist im Prinzip ähnlich wie bei dem Kompressor hier. Hier habe ich quasi auch einen harten Kompressor. Und bei manchen Kompressoren, wie bei dem Dynamics, kann ich eine Knee einstellen. Ich mache mal hier das Ratio. Ganz krass. Das ist mein Threshold, mein Grenzwert. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte nicht, dass der bis hierhin ganz normal ist und dann auf einen Schlag einsetzt, sondern ich möchte einen weichen Übergang haben. Da mache ich so eine Kurve rein, so ein Knie, so ein Knee. Und dann ist dieser Bereich bis hierhin, also so ungefähr das hier, wird quasi als weichen Übergang bis die Kompression hier komplett einsetzt. Und das ist bei einem Clipper ist das der Soft Modus. In dem FX Grid bei Bitwig habe ich das automatisch eingebaut, ohne Parameter. Das heißt, ich kann mich hier nur entscheiden zwischen hart und soft. Ich kann aber in dem FX Grid meinen eigenen Clipper tatsächlich auch noch definieren, wo ich dann diese Soft Curve, diese Soft Kurve dann auch noch mal speziell für mich definieren kann. So, das waren die groben Unterschiede zwischen Kompressoren, Limiter und Clipper. Ich hoffe, ihr habt da jetzt so ein klares Bild. Also Kompressor und Limiter reduzieren die Lautstärke und heben die auch wieder an, sehr dynamisch. Und ein Limiter ist im Prinzip nichts anderes als ein Kompressor mit unendlicher Ratio. Das heißt, der guckt einfach nach, okay, wenn ein Signal lauter ist, machen wir das grundsätzlich leiser, ohne Vorlauf, ohne Nachlauf, einfach mal leiser. Und ein Clipper schneidet einfach ab. Das geht dann, oder das ist weiterführend in den Bereich der Distortion, der Verzerrung, aber das ist ein anderes Thema. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video, gebt mir einen Daumen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, teilt die Videos weiter, kommentiert darunter eure Erfahrungen oder was ihr noch wissen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.